Ich bringe den Menschen bei, wie man das Gedächtnis beim sich was merken aktiv einsetzt. Also eigentlich meine Leidenschaft ist, dass ich den Menschen die Technik nicht nur zeige, sondern denen auch einen Weg aufzeige, wie sie das langfristig üben können, sodass sie das auch in fünf Jahren noch nutzen. Namensgedächtnis, sie bessere Sprachen merken, freie Vorträge, dass die Schüler Lernstoffe an den Prüfungen abrufbar haben. Das muss ja geübt werden. Also meine Kompetenz ist zu wissen, wie muss ich das jemandem beibringen. Dafür habe ich Lehrmittel entwickelt. Das wäre meine Leistung.